Professor Weiß, ich danke Ihnen vielmals für dieses sehr interessante Gespräch, das glaube ich äußerst aktuell ist und ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Ja, danke, danke und ich wünsche auch, dass Sie weiterhin Erfolg haben. Ein weiteres Interview mit Professor Weiß vom April 2006 findet sich neben vielen anderen Sendungen im Past Shows Archiv der Website von CropFM. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Hintesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.